Wir haben hier ein hochqualifiziertes, professionelles Team. Miteinander, auch bereichsübergreifend, arbeiten wir hier sehr freundschaftlich miteinander, gehen auch ab und zu mal irgendwo nach Feierabend irgendwo hin und unterhalten uns, spielen Kicker zusammen etc. Also dieses professionelle und auf der anderen Seite aber dieses freundschaftliche Miteinander, das macht den Reiz hier tatsächlich aus. Es ist einfach ein super Team, wir arbeiten prima zusammen. Die Leitung des Projekts, das macht richtig Spaß, also man kriegt richtig die Verantwortung übergeben. Wer bei MPC weiterkommen möchte, hat in jedem Fall die Chance dazu. Wir haben ein internationales Umfeld, wir arbeiten mit sehr vielen Nationalitäten zusammen. Da kann man sich schon richtig mit einbringen, da kann man richtig dran wachsen, das macht Spaß. Also gerade ich habe die Möglichkeit gehabt, ich komme aus der Anwendungsentwicklung, dass ich eine Stelle als IT-Projektleiter, Process Manager jetzt übernehmen kann. Erstmal bin ich total happy darüber, dass es viele Mitarbeiter gibt, die hier bei uns lernen, also ihre Ausbildung machen und dann auch viele Jahre bei uns bleiben. Und das ist natürlich, wenn man über Weiterentwicklung spricht, der beste Zustand. Weil wir fördern Mitarbeiter, die wirklich was bewegen wollen. Also ob es jetzt auf Zertifizierungsebene ist oder irgendwo eine private Weiterbildung etc. Also da hat man wirklich alle Möglichkeiten. Wir verstehen uns alle sehr gut, auch standortübergreifend. Das liegt sicherlich daran, dass wir auch teambildende Maßnahmen machen. Zum Beispiel gehen wir regelmäßig, also alle zwei Wochen gehen wir bouldern. Oder ein Beispiel ist, wir haben einmal im Monat immer das sogenannte IT-Frühstück, wo wir einfach in lockerer Atmosphäre, bevor der Arbeit tags richtig losgeht, gemeinsam frühstücken. Die Möglichkeit sich hier weiterzuentwickeln ist mit den vielen Themen, die wir bewegen gegeben. Also, aber man muss eben auch ein bisschen Eigeninitiative mitbringen. Man muss sagen, ich habe Lust auf das Thema, da will ich mich einbringen, da schnappe ich mir das Thema und dann kümmere ich mich darum. Und dann kommen ganz automatisch neue Erfahrungen und damit eine Weiterentwicklung. Also man merkt einfach hier, dass es ein familiengeführtes Unternehmen ist. Also die ganze Unternehmensgruppe ist familiengeführt. Das Miteinander ist deutlich zu spüren. Wir sind sehr innovativ, versuchen Know-how immer bei uns im Team aufzubauen. Die Hierarchie ist flach. Das heißt, wenn der Geschäftsführer eine Frage hat, die den Sachbearbeiter betrifft, dann spricht er den auch direkt an. Es gibt bei uns keinen Schuldigen. Also das Thema Schuld ist bei uns tatsächlich relativ unwichtig. Wichtig ist, dass wir lösungsoptimiert arbeiten und die Probleme lösen. Also dafür sind wir ein Team. Am Ende des Tages verlieren wir und gewinnen wir gemeinsam. Also es ist sehr kollegial, fast schon freundschaftlich, finde ich. Man kann immer mit den Arbeitskollegen auch immer sehr, sehr locker sprechen. Und man muss sich irgendwie nicht verstellen oder man muss nicht irgendwie... Also man kann so sein, wie man ist. Ich glaube, es liegt primär daran, dass wir insbesondere auch natürlich bei dem Recruiting schon darauf achten, dass die Leute nicht nur fachlich, sondern primär auch menschlich in das Team passen. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!